Spiel doch mal was aus dem Deep Web! Ja klar, ist doch kein Problem! Okay, spiele aus dem Deep Web. Spiele mit Minderjährigen. Nein, 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 ich suche Spiele für Minderjährige oder Erwachsene. Foltere sie oder ihn. Mächtiger Spiel... Nein, nichts mit Folterung. Miete dir jetzt deinen Sklaven. Was? Oh, guck mal, das sind Drogen für einen halben Preis. Es gibt gute Spiele und es gibt auch schlechte Spiele. Ich spiele schlechte Spiele und davon gibt's echt voll viele. Yeah! Spiel mal, das ist der Only Level! Hey Freunde und willkommen zum einzigen Level. Um was wird es diesmal gehen? Vielleicht werden wir es durchspielen aus Versehen. Okay, ich bin sehr gespannt. Irgendetwas sagt es mir. Ich spiele das jetzt mal. Play or continue Level 1. Okay, let's go! Aaaaach! Das kenn ich doch! Ja, pass auf hier. Arrow keys required. Ja, jetzt können wir hier einfach so hoch hüpfen. Das aktivieren wir. Und gehen da so rechts rein. Stage complete, but this is the level bla bla. Und jetzt geht... Not always straight forward. Jetzt müssen wir zum Beispiel nach hinten drücken. Und jetzt bewegen wir uns... Die Steuerung ist Inventier. Ach du Scheiße. Ich bekomme jetzt schon Probleme. Ey, ganz ehrlich, ich würde mir das sogar aufsparen für so ein richtiges Let's Play. So ein ganz kurzes Think before doing. Wir sollen jetzt denken, bevor wir es tun. Okay. Ah, ich hab's gesehen, aber mein Gehirn war ein bisschen zu schnell. Zu langsam, meinte ich. Es war schon wieder zu langsam. Ja, das kennt aber glaube ich schon jeder das Spiel, oder? Das ist glaube ich... Ich hab wieder drauf... Was ist los? Ich glaube das Problem hier bei diesem Rätsel ist es... Zu denken, bevor wir etwas tun. Das ist das große Problem. Stage complete, ja. Und was gibt jetzt? Alternative Control Scheme. Ach du Scheiße. Ach warte, alternativ? Ja, das war mit der Maus jetzt. Genau. Zack. Und rein. Ich hab schon ein bisschen von gesehen, aber es ist halt... Lange her. Free Floating? Guck mal hier. Wupp. Drauf drücken. Und... Runter. Ich hab auch schon gesehen irgendwie... Es gibt... Wer ist der only Level... 1, 2, 3, 4, 5 und so halt. Es gibt mehrere Versionen. Oh Scheiße. WTF? Wie soll ich... Dull Appear... Was ist das, Mann? Rückenwind. 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 Oh nein. Häh? 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 Spiel mal. Nail der Nagel. Nail der Nagel. Was geht ab? Ich werd dich jetzt spielen. Das geht ab. More games. Nein. Ich möchte einfach nur spielen. Denn Nail der Nagel wurde mir empfohlen. Ja. Das ist ein... Eternal battle against the evil hammer. Oh, das ist ein Kampf gegen den Hammer und so. Weißt du? Äh... Nail der Nail stands here alone. He appears to be the only one who can save the Nail falls. You must find Mr. Magnet. Okay, wir müssen Mr. Magnet finden. Und dann retten wir die. Alles klar. Eins. Säge. Auf die Säge drauf. Zwei. Oh, warte, 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 warte. Der Nagel. Save the Nail fall. Okay, 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 okay. Der Hammer. Drittes... Auf Wiedersehen. Hab ich's durchgespielt? Ist vorbei? Na, wie sieht's aus, hä? Die ganze Zeit hast du uns unterdrückt und uns... geschlagen und reingerammt. Der hat was... Okay, was soll ich jetzt tun? Hüpft da rüber. Nice, und das nächste Level. Okay. Click on... Aha, click on... Wo ist die Schere da? Okay, click on... Ja. Jetzt fliegt... Haha, click on me. Okay, das ist noch das Tutorial. Ey, das macht echt... Das macht Laune, ey. Okay, da oben ist auf jeden Fall Kleber. Nochmal. 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 Vielleicht dann erst die Nägel oder so. Warte mal. Ne, passiert nichts. Was ist das hier? Ah, ja, ja. Hab ich doch gesagt... Ach, erstmal abschraub mich, Idiot. Klar. Jetzt erstmal dahin... Spritzen. Rein mit dem Nagel. In dein Gesicht mit der weißen... Mit dem weißen... Mit dem Kleber. Bitte stell das nächste Level. Danke. Okay, was haben wir hier? Aha, aha, aha. Aha, das geht nicht hoch. Alles klar. Dann müssen wir jetzt erstmal... Ja, du hast das ganze Zeit festgehalten. Und jetzt... Ziehen wir dran... Und er fällt rum... Ja! Oh nein! Da haben wir ihn fertig gemacht. Oh, sind die dumm, die Hämmer. Und weiter geht's. Es macht Laune. Es macht Laune, verdammt! Meanwhile, Mr. Magnet must escape. Aha, click to continue. Wie, wie muss er... Oh nein! Weg damit! Nimm das! Äh, ja. Aufbrechen, aufbrechen, aufbrechen. Da ist ein Hammer, da ist ein Hammer, da ist ein Hammer! Nice! Und flüchte! Nice, Mr. Magnet! Oh oh! Oh oh! Schnell durchkappen! Schnell! Aha! Wir haben ihn erwürgt! Heilige Scheiße! Schnell, Mr. Magnet! Stopp! Warum soll ich da aufhören? Was passiert denn da? Ach so! Guck mal! Dann packen wir erstmal das... Natürlich schieben wir... What? Natürlich den Ziegelstein brauche ich! Klar! Denn jetzt können wir den Ring da ran machen mit unseren magnetischen Kräften und uns eine kleine Brücke bauen. Ah! Wow, Mr. Magnet! Sie sind echt begabt! Ha! Meanwhile, the nail meets the adorable Judas... This crew! Okay! Judas Crew! Oh nein! Ich werde dich retten! Erstmal abschrauben! Jetzt erstmal... Ein Bart drauf malen! Wieso ist da ein Kreuz? Okay, die Schere... Wieso ist da ein Kreuz? Wieso ist da ein Kreuz? Nein! Oh! Weil ein Hammer ihm auf das Kreuz schlagen muss! Oh! Das ist ein kleiner Fetisch von denen! Komm her! Mr. Schere kann nichts machen außer da irgendwie stumpf rum zu hängen! Damit habe ich dich stumpf genannt, du stumpfe Schere! Und jetzt? Tschüss! Hehe! Okay, was geht ab hier? Eigentlich ist das ein stumpfes Alles-An-Klick-Spiel! Weißt du? Als ob ich hier logisch denke! Hallo? So! Ja! Wir malen das jetzt rot an! Klar! Damit zeigen wir... Hey! Wir haben jemanden umgebracht, oder was? Na mal... Ach! Der hat Blut gesehen! Der kann kein Blut sehen! Ach du Scheiße! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Komm weiter jetzt! Haha! Der kann kein Blut sehen! Okay! Ja... Das geht nicht! Auch wenn ich das jetzt noch 6000 Mal anklicke! Das ist eine Spinne! Okay! Ah! Jetzt kann es da rein! Und... Du machst mir ein bisschen Angst! Ist das der Maulwurf? Warte mal jetzt! Kann ich einfach rüber! Jetzt kann er mich nicht mehr essen! Einfach darauf! Aha! Aha! Jaja! Aufpumpen! Aufpumpen! Hey! Du musst mir helfen! Ich weiß nicht was... Ja! Und hoch da! Mr. Magnet is in the dark! Okay! Ich bin gerade baff! Ich will wissen wie es ausgeht hier! Ich will wissen wie es ausgeht! Oh nein! Mr. Magnet! Mr. Magnet ist tot! Oh nein! Raus mit dem Wasser! Raus mit dem Wasser! Scheiße! Hä? Ah! Ah! Und jetzt flüchten! Das gibt es doch nicht! Weg damit! Wasser! Und Mr. Magnet! Auf geht's! Da musste man ja schon ein bisschen nachdenken hier! Mr. Magnet ist auf jeden Fall für Leute die ein bisschen... Ne? Für etwas klügere Leute! Okay! Das, äh... Verbinde ich jetzt damit! Und auf geht's! Ah! Und wir haben es erhält! Auf geht's! Dieser Stein hier! Dieser Stein! Was? Was, was, was? Aha! Der Stift nach links! Die Kiste nach rechts! Ja! Okay! The Plan! Mhm! Komm! Beweg' es jetzt nach rechts, Mann! Komm' schaun! Das geht nicht! Ah! Da steht das Brett! Das kommt da immer noch nicht rein. Der Stein noch nicht. The plan. Ach so, guck mal. Die Kugel dann irgendwie da rauflegen. Und dann... Ah, die Nägel drauf. Die da drauf. Und die Kugel. Ah, und jetzt können wir flüchten, Leute. Jetzt können wir flüchten. Auf geht's. Freiheit. Where is Mr. Magnet? Time to enter the restricted area. Auf geht's. Das Kabel is too quick. Geht da nicht rein. Pass auf, dann... Nee, es bringt nichts. Ich könnte die Lampe bisschen nach unten. Bisschen nach unten. Komm. Nur einen Ticken. Ich könnte das auch einfach näher reinschieben. Klar. Jetzt machen wir das an. Zack. Es passiert nichts. Sind wir fertig? Ah, wir haben eine Brücke gebaut. Alles klar. Okay, okay, okay. Und da sind die weg. Oh, ist das ein YouTube-Video? Guck mal. Kann ich das verschreiben? Oh nein. Ausmachen. Nein, nicht Selbstmord begehen. Oh Gott. Äh. Wir haben's. Okay. Verstehe. Und das Gebiss... Ah, das ist böse. Das Gebiss ist böse. Was kann ich jetzt damit machen? Oh, nein. Nicht, 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 nicht. Wir haben uns jetzt im Krog versteckt. Okay. In den Krogs, meinte ich. Ah. Guten Appetit. Ha. Und schon wieder ausgedrückt. Oh Gott. Ich hoffe, das ist nicht der gleiche Typ, der, der, der... einen Knopf in seiner Unterhose hatte. Okay, das geht alles nicht an. Einfach mal alles anklicken. Oh, die ist wütend. Die ist wütend. Aha. Hä, mit dem Wasser? Sag mir nicht, ich kann die einen Vorhang aufmachen. Sag mir nicht, ich kann's. Aha. Jetzt kann die darauf ausrutschen, oder? Ja. Nein, wir bringen sie einfach um. Wir ersticken sie in. Blubberbläschen. Die arme Ente. So, wir haben es geschafft. Oh, gefährliche Messer hier. Die Tomaten kommen... Irgendwo rein. Magnet. Ah, Magnet. Ja, 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 ja. Oh, das ist nochmal. Das ist nochmal. Der ist böse. Die Messer... Ich verstehe kein Wort. Aha. Einfach nur ein Rumgeklickert. Einfach nur ein Rumgeklickert. Aha. Wow. Damit hat er nicht gerechnet. Kann ich jetzt weiter? Nein, nein, nein. Da will noch was von mir. Ja, natürlich zumachen erstmal. Und ist da Mr. Magnet drin? Mr. Magnet? Ja, wir haben Mr. Magnet gerettet. Es tut... Es tut gut sowas. Weißt du? Mal eben kurz die Menschheit zu retten. Ich meinte die... Die Nägelheit zu retten. Heute kann ich gut schlafen. Spiel mal. Hau mit der Lein. Jos. Ich werde die Linie halten. Die bringen mich um. Kann das sein? Oh, nein, 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 nein. Meine Waffe überhitzt. Oh Gott. Das ist ja viel zu realistisch. Viel zu realistisch. Was zum Teufel? Ich kriege die nicht tot. Ich kriege die nicht tot. Ich kann in den Berserker-Mode gehen. Das weiß ich. Das mache ich aber gleich. Das geht einmal pro Tag. Berserker-Mode! Mensch. Ist das spannend und aufregend. Da ist ja gar keine Musik, zu der ich singen kann. Ach ja, gerade läuft das ESL-Finale und ich sitze hier rum und bekämpfe einfach mit der Nagelpistole irgendwelche Strichmännchen, die eine Ableigung gegen Sandsäcke haben. Geil! Spiel mal Singende Pferde! Ach, dieses Spiel sieht schon viel angenehmer aus. Nicht so gewalttätig wie die anderen Spiele. Verdammt nochmal. Das Spiel heißt Singende Pferde. Was kann hier schon Schlimmes passieren? Bitte sterbt nicht. Machst du einen Ton, wenn ich dich anklick? Okay, wenn ich das klicke, kannst du die Klappe halten. Okay, und... Ist gut, ist gut. Jetzt du, jetzt du, jetzt du. Ist dein Einsatz, Henry! Nein, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Du musst, du musst, du musst... Jetzt Henry! Karl, bist du bereit? Mach dich bereit, Karl. Verhund sie nicht wieder. Verhund's nicht wieder, dein Start. Singende Pferde. Ich hab nicht mal Bock, dass du was zu singen. Was ist das für ein Spiel? Cookie-Clicker, 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 Cookie-Clicker! Ja, Mensch, hab ich aber heute interessante Spiele in den Kommentaren gefunden. Wow, das ist ja unglaublich, weltbewegend, Cookie-Clicker, kennt bestimmt noch gar keiner. Ich kann nicht aufhören! Hamburger Man! Nein, ich will kein nächstes Spiel spielen, ich muss die Grandmars erstmal aufleveln. Warte mal, hier, packen wir zwei Grandmars rein. Okay, weiter, weiter. Die Fabrik, 3000 Klicks. Oh Mann, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin! The Hamburger Man. Okay, es fängt auf jeden Fall ziemlich gruselig an. Ah, Wea ist jetzt zum Bewegen, Rennen und Lucky Lucky machen mit der Maus. Alles klar, loading! Let's go, let's go! Hamburger Man! Oh Gott, das ist ein scheiß Horrorspiel, oder? Collect all eight Burgers. Ist das ein scheiß Ernst? Warum steht da blockieren? Was wird da blockiert? Hamburger Man. Hey, das ist ein guter Hamburger. Ach, das ist ein Hamburger, oder was? Das geht nicht. Kann ich nicht anklicken. Lalalala, lalalala. Hey, ist das so ein scheiß Slender-Spiel, oder was? Da ist ein Burger, da ist ein Burger! Hi, Burger! Selbst die Geräusche erinnern an Slender. Dubidub, 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 wo sind die Burger? Ich liebe jeden Burger. Patrick hat sich hier wieder irgendwo versteckt, verdammt nochmal. Ich hasse das, wenn Patrick do was macht. Du? Was sind das für Geräusche? Ja, ich habe da auf jeden Fall einen Burger gesehen. Ich muss nur nach... Oh, entschuldigen Sie. Haben Sie die Burger gescheillig gescheiße? Hier war ein Burger, da ist ein Burger. Burger Nummer zwei. Burger Nummer zwei. Das ist ein mächtiges Ei. Das ist eine Sackgasse. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hamburger Man, warte, ich kann ihn austricksen. Nein! Burger Nummer eins. Burger Nummer zwei. Burger Nummer drei. Wo bist du nur? Hier geht sogar eine Etage höher. Oh Gott! Das war echt gruselig. Heilige Scheiße. Aber die Burger sind, glaube ich, alle gleich platziert. Oh Mann! Das heißt, wenn ich jetzt hier so lang gehe und wieder die Treppen hoch, kommt er wieder, oder was? Ist er wieder da? Ja, guck mal, das ist immer derselbe Ablauf. Aha. Gut, dann kann ich es mir einfach merken. Oh Gott! Er hat mich gesehen und wird mich jetzt verfolgen, der Hamburger. Was ist das angelehnt? Ist nicht Ronald McDonald oder sowas? Ein verdammt durchtrainierter Ronald McDonald. Oh Mann! Ich gehe jetzt hoch. Ja, wir haben ihn ausgetrickst. Außer es gibt mehrere von denen. Oh nein, dann wäre ich alleine mit nackten Muskelpaketen hier. Dann würde ich aber was anderes tun, außer Burger sammeln. Warte mal, nichts. Nichts. Oh, hier sind Burger. Aber ich glaube, hier oben ist auch eine scheiß Sackgasse. Nein? Nein, vier haben wir schon. Vier von acht. Vier von acht. Das ist aber echt verdammt schnell. Kann es sein, dass er immer schneller wird? Je mehr Burger ich habe. Oh Gott. 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 Bloß nicht in die Sackgasse. Ah, da ist der Exit. Okay, muss ich mir merken, dass da der Exit ist. Das war auch der Eingang, ne? Glaube ich, ja. Ah, verdammt. Ich kann auch irgendwie nicht schneller sprinten. Hier geht's raus, ja. Ins Gartenhaus. Da drüben sind bestimmt, da ist ein Burger. Aber ich muss irgendwie schnell raus hier. Ich muss irgendwie... Fünf. Sechs. Und jetzt sind wir... Warte mal. Jetzt sind wir gleich eingesperrt mit ihm. Aber ich muss ihn irgendwie... Heilige Scheiße ist der schnell. Noch zwei Burger. Da ist ein Burger. Ich sabbere, weil es hier um Burger geht. Ich habe Hunger. Okay, 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 okay. Nicht nur wegen... Oh nein. Oh, scheiße. Burgerman! Ich hole mir jetzt ganz schnell den Burger hier in der Sackgasse. Ich glaube, das ist das Schlauste, was wir machen könnten. Und ist er schon da? Ja, da ist er doch, der Burgerman. Sieben von acht. Sieben von acht, Sackgasse. Oh, oh. Austricksen, austricksen, austricksen. Okay, und jetzt nach oben. Jetzt nach oben und dort einen Burger schnappen. Und da ab geht's in Richtung Exit. Vielleicht ist da unten noch irgendwo ein Burger. Go, go, go. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir es schaffen. Ich bin jetzt ehrgeizig. Okay, die Treppe runter und dann einfach nach links da irgendwie. So, lalalalalala. Es rauscht immer mehr, es rauscht immer mehr. Nein. Nein. Na, Burger. Get to the Exit. Okay, und wo ist der Typ? Da ist er. Wie lächerlich das gemacht ist. Ich meine, meine, die ist ernst. Scheiße, wo ist der Hamburger Typ? Ich hoffe nicht hier. Schnell, 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 schnell. Die Treppen runter und dann gleich nach links. Let's go. Da. You won. You finished in one thing. Yay. Woo. Hard mode unlocked. He is faster. Don't look back. They were moved. Run. You must make out alive. Oh nein, die Burger sind verschoben. Oh nein, da war die Treppe. Und der kommt immer bei der Treppe. Der kommt immer bei der Treppe. Der kommt immer bei der Treppe. Oh, Schizzle. Diesel. 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 Hör auf dem Weg. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Da ist der Burger nicht da, oder? Sehr schön. Komm schon, schnapp mich. Los, schnapp mich. Ja, hoch. Oh, der Burger ist jetzt da hinten bei der Sackgasse. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss ihn eigentlich oben irgendwie abhängen, ne? Aber will ich hier denn überhaupt abhängen? Ich weiß es nicht. Oh, ey. Scheiße. Das war's mit den Trash-G- Nein, 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 mach durch das Outro. Mach durch das Outro. Ich, 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 das dauert noch ein bisschen hier. Oh Gott. Ja, sei doch nicht traurig. Poste doch mal dein Spiel. Und ja, dann schau ich, ob ich es nicht vielleicht beim nächsten Mal spiele. Denn schlechte Spiele davon gibt's echt voll viele.